Willkommen zurück, liebe Freunde der digitalen dentalen Unterhaltung. Heute will ich euch zeigen, wie man auf einem Datensatz direkt Abutment, Krone, Überpresskäppchen und auch den Schlüssel designen kann. Das ist in der Exocard relativ einfach möglich. Viel Spaß damit! Die Konstruktion, die wir heute behandeln, ist ein wenig umstritten. Das liegt vor allen Dingen daran, dass auf dem Weg relativ viele Fehler passieren können und zum Beispiel ein Fräszentrum euch, wenn ihr diese Datensätze alle parallel zueinander abschickt, in der Regel eine Abfuhr erteilt und sagt, nee, machen wir nicht, weil wir nicht garantieren können, dass wir mit den Parametern, die ihr uns liefert, auch eine passende Arbeit zurückschicken können. Das ist immer im Hinterkopf zu behalten. Wenn ihr diesen Ansatz verfolgen wollt, müsst ihr alle Parameter selbst bei euch im Labor beeinflussen können. So, jetzt aber ab ins Thema. Egal, ob aus einem intraoralen Scan oder einer konventionellen Abformung, zuerst mal müsst ihr den Fall in der Exocard anlegen. Ich wähle hier eine Einzelzahnüberpresskrone aus mit einem individuellen Abatment darunter. Das Ganze mit einem separaten Scan-Body-Scan und wir können schon loslegen. Wir laden das Ganze in die Software ein. In unserem Fall kommt der Ursprungsdatensatz aus der Meditlink-Software. Wir haben das Ganze mit dem i700 aufgenommen und können jetzt in der Exocard das Ganze weiterverarbeiten. Wie ihr seht, wir haben auch als Object-Datei beide Parts enthalten. Also sowohl die Graufärbung des normalen Scans als auch die Färbung der Gingiva und der Zahnsubstanz, die mit enthalten ist. Den Datensatz können wir jetzt im virtuellen Artikulator platzieren. Wir richten das Ganze aus und lassen die Bewegungsbahnen durchlaufen. Wir haben hier auch ein bisschen was eingeschränkt. Wir verwenden den Durchschnittswert der Bewegungslänge von ungefähr 1,5 mm. Wir verwenden hier das Impla-System der Firma Schütz. Als nächstes legen wir das Emergenzprofil der Krone fest und können nun auch schon mit der tatsächlichen Ausrichtung der Krone beginnen. Zum Thema Design von Kronenoberflächen hatten wir ja schon mal das Thema Morphing von Kauflächen und ähnlichem. Das Video findet ihr übrigens hier oben. Sind alle Bewegungsbahnen und die Ausdehnung der finalen Krone festgelegt, können wir uns jetzt um den Abattmentboden kümmern. Wenn es um die Schleimhautdurchdringung oder den Abattmentboden geht, müsst ihr natürlich mit eurem Behandler gucken, welche Maßstäbe ihr da anlegt und was ihr für richtig und sinnvoll erachtet. Im Folgeschritt können wir noch die Krone feintunen und das Ganze so überarbeiten, dass wir einen schönen, sauberen Übergang zum Abattmentboden haben. Das Ganze ist damit abgeschlossen in der Konstruktion. Im Design des oklusalen Reliefs von der Abattmentkonstruktion ist auch einer der größten Fallstricke mit enthalten. Die Problematik ist nämlich, dass wir irgendwo einen Haltepunkt brauchen, an dem das zu fräsende, also von euch im Labor zu fräsende Abattment gehalten werden muss. Das heißt, wir haben genau den Schraubenkanal, der ja häufig entweder in der Mitte oder im Randbereich des Abattments liegt, der als Verstärkung und als Anstiftung benutzt wird. Trennt ihr den ab, habt ihr immer noch Reste auf der oklusalen Fläche des Abattments stehen. Das ist auch mit einer der Gründe, warum euch zum Beispiel ein Fräszentrum sagt, es kann euch nicht garantieren, dass entsprechend der Kronenboden genau zum Abattment passt. Hier müsst ihr halt vorsichtig arbeiten und wirklich schauen, dass ihr keinerlei Abweichungen zur eigentlichen digitalen Ausformung eures Abattments bekommt. Dieses Video wird gesponsert von Trade4Dent. Wir haben günstige Zirkonenronden und mit unserem Gutscheincode bekommt ihr sogar noch 10% obendrauf bei eurer Erstbestellung. Das ist das Produkt. Haut den Einkaufswagen voll. Weiter geht's. Seid ihr der Konstruktion im Wizard bis zu diesem Schritt gefolgt, habt ihr jetzt die Möglichkeit auszuwählen, Suprastruktur auf individuellem Abattment planen. Startet ihr das Ganze, seid ihr im Prinzip in der ganz normalen Kronen- und Brückensoftware. Das heißt, ihr könnt eure Kronenböden festlegen, ihr könnt eure Passungsparameter, wie wir euch natürlich für unseren Fall hier auch verlinkten, direkt benutzen, eintragen und weiterarbeiten. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Reduzierung der Krone. Wir stellen gerne eine Krone her, die eine Galande auf der palatinalen oder lingualen Seite aufweist. Das bietet uns die Sicherheit, dass die Keramik entsprechend gut abgestützt ist und im weiteren Verlauf kein Shipping auftritt oder ähnliche Probleme. Ihr kennt das ja, wenn beim Brennen Stress in der Keramik entsteht. Zum Ende der Konstruktion bietet uns die Exocut im Falle, wir haben die Einzelzahnüberpresskrone angewählt, ein kleines Verblendkäppchen an, das zusätzlich auf der tatsächlichen Kronenstruktur erzeugt wird. Dieses Verblendkäppchen hat die genaue Ausformung der späteren Anatomie. Das ist natürlich für euch interessant, wenn ihr zum Beispiel im Seitenzahnbereich nicht abgestützte Zonen mit einer Brücke versorgen sollt und der Behandler keine Möglichkeit hat, außer mit eurem Gerüst das Ganze zu überprüfen. Deshalb sind die Käppchen für uns ein sehr gutes Hilfsmittel, um quasi weiterhin den Biss durch die Arbeit erhalten zu können. Haben wir also das Ende der Konstruktion erreicht, haben wir insgesamt das individuelle Buttment, das primäre Kronenteil und die Überpresskappe. Jetzt haben wir euch aber versprochen, dass wir natürlich auch noch PV und Schlüssel mit der ganzen Sache herstellen können. Hierzu schließen wir einmal den Konstruktionsvorgang ab, duplizieren den Fall, den wir gerade erstellt haben und sichern uns somit die von uns erstellten Strukturen unter einer zweiten Auftragsnummer. Nun gehen wir in den ersten Fall zurück, rufen die Szene wieder auf und können mithilfe dieser Szene einfach hingehen und sagen, dass wir die Reduktion der Krone, die wir ja vorher als gelangten Krone designt haben, auf eine voll anatomische Krone zurücksetzen. Auch diesen Fall schließen wir wieder ab. Wir haben also unser PV erhalten und duplizieren den Fall wieder. Wir erhalten also eine zusätzliche Auftragsnummer für das PV und die Einzelkrone. Nun gehen wir wieder zurück in den ursprünglichen Fall, öffnen den wieder und können nun alle Kronenanteile so reduzieren, dass wir nur noch eine Minimumkäppchenstärke erhalten. Das Ganze können wir nach Mesial über ein Geschiebeelement, in dem Fall parametrisch extrudiert, festlegen und an der Zahnoberkante abschneiden. Das ist völlig egal, es wird gestanzt, das heißt, es können auch Löcher dadurch in dem Schlüssel entstehen. Das wollt ihr ja zum Teil sogar, weil ihr dann nämlich überprüfen könnt, ob der Schlüssel richtig in Position sitzt und somit auch euer Abbuttment in der richtigen Position Platz gefunden hat. Jetzt müssen wir nur noch den Schraubenkanal ausstanzen. Das machen wir über die Geschiebefunktion Entfernen. Hier nehmen wir ein Teil aus der parametrisch rotierenden Bibliothek, zwar am besten einen einfachen Zylinder, verlängern den so, dass er den gesamten Kronenboden durchsticht und positionieren ihn an der Stelle des Schraubenkanals. Alle Informationen sind hier enthalten, wir können also wirklich genau die Dicke des Schraubenkanals ausstechen und brauchen nicht zu raten, wo finden wir den. Et voilà, das Ganze ist fertig. Auch das speichern wir wieder ab als zusätzliche Szenedatei, duplizieren den Ursprungsfall und haben jetzt insgesamt vier Fälle, in denen Nummer 1, Krone, Käppchen, Basisstruktur und Schlüssel enthalten sind, sowie PV. Das heißt, das ist unser Basisfall, in dem sind alle Szenedateien hinterlegt. Die drei weiteren Fälle, die jetzt entstanden sind mit den fortlaufenden Nummerierungen in unserem Auftrag, die dienen dazu, die Fräsmaschine, den Drucker oder was auch immer zu bestücken. Denn das Problem ist, wenn ihr eine Szenedatei öffnet, umkonstruiert und im selben Fall bleibt, verliert ihr das Teil, das ihr zuvor konstruiert habt aus der letzten Szene. Wenn ihr Fragen oder Anregungen dazu habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wir antworten auf jeden Fall. Bis dahin.